was geht herzlich willkommen zu einem neuen blog auf diesem kanal und einem sehr sehr speziellen wenn ich sogar speziellte und eine sequenz immer schon gesehen wo es geht oder wo ich gerade auf dem weg bin travis gott ist in hamburg für seine utopia oder stück ist maximus wie man es nennen möchte ich bin sehr 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 gespannt und hat sich auch sehr aufgeregt das zweite mal dass ich den bre live sehen werde wird auch kein moshpit-vlog also wenn euch ein moshpit-vlog gewünscht habt dann müsst ihr euch leider einmal einen anderen youtuber raussuchen ich habe mir diesmal extra oder überlegt sitzplätze geholt das werden im mänfeld nur so steht wird sein was meine aber 2018 habe ich ihn auf dem festival in frankfurt gesehen weil es und da haben wir schon den moshpit mitgemacht klasse noch was ganz ganz anderes wenn es seine eigene tour ist das wird noch mal ganz ganz wild und ich würde es auch wirklich sehr sehr gerne miterleben aber ich habe einmal moshpit erlebt jetzt will ich auch einmal so schon zu sehen wie ich was ich meine deswegen wenn es irgendwie die möglichkeit gibt dann vielleicht auch von den rängen in den moshpit reinzugehen wenn wir es vielleicht wagen ich weiß nicht schauen wir gerne gucken aber genau ich bin gerade auf dem weg zur arena besser gesagt davor ich noch mal den cruising ab und dann geht es zur arena ich habe ich so versuchen bestmöglich mitzunehmen damit ihr die experience auch miterleben könnt ich hoffe die handykamera für das ganze wieder spiegeln wie es dann auch live sein wird ich würde sagen ich wünsche euch sehr sehr viel spaß ich wünsche mir selber auch sehr viel spaß bin geist aufgeregt da würde ich sagen sehen wir uns gleich in der arena wieder wie gesagt auf dem weg meine cruising abzunehmen und dann geht es rüber zur arena wir sehen uns da viel spaß ich bin da oder wir sind da wirklich bitte das wetter an ich hoffe wir können sehen dass das geist ist kann die kamera fokussiert leider nicht aber es einfach überschwemmt plus alles nass es ist geist ist krank wir warten jetzt hier ein bisschen ein bisschen zeit haben dann sollte es hoffentlich gleich wieder besser werden die kameräfer fokussieren würde ja 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 Das war's für heute. Before the show starts, open the show. Green is one of the two people. Before the show starts, open the show. I can see, I can make my name. Hello! Oh 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 Musik 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 وا Musik Ja, ja, ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017